Die Blüte ist das letzte Licht der Götter. Was macht dich so besonders? Wir erwarten keine Antwort, nur ein Zeichen. Wir können nicht verändern, was passiert ist. Aber noch können wir verändern, was passieren wird. Ich bin ein Gott! Das ist wahrlich ein Wunder. Legenden und Mythen haben die Macht der Blume nicht beendigen können. Verwechsle nicht deinen Hunger nach Macht mit der Sehnsucht nach Wissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017